Die Jahre zwischen 1923 und 1927, dem Zeitpunkt des Erscheinens von Sein und Zeit, sind eine Periode ungeheurer Produktivität. In großen Vorlesungen werden die Themen von Sein und Zeit bereits entfaltet. Gemessen an diesem gedanklichen Massiv, in der Gesamtausgabe sind es anderthalb tausend Seiten, ist Sein und Zeit fast nur die Spitze eines Eisbergs. Allerdings werden in diesem Werk die Gedanken in einer ausgetüftelten Architektonik und terminologisch hochgerüstet vorgetragen. Dabei sind auch die Baugerüste, die methodischen Vorkehrungen also, stehen geblieben, wodurch das Werk den Eindruck monströser Schwerfälligkeit erwecken musste. Das hat seine Wirkung in der akademischen Szene, der ja das Einfache eher verdächtig ist, nicht beeinträchtigt. In der allgemeinen Öffentlichkeit gehört die Dunkelheit des Buches zu seinem Nimbus. Es konnte offen bleiben, ob das Dasein selbst oder nur seine Analyse so dunkel sei. Auf jeden Fall wirkte das Ganze irgendwie geheimnisvoll. In Sein und Zeit arbeitet Heidegger an dem philosophischen Nachweis, dass menschliches Denken keinen anderen Halt hat, als dieses da, das es zu sein hat. Im gewissen Sinne setzt er die Arbeit Nietzsches fort, den Tod Gottesdenken und die letzten Menschen kritisieren, die sich mit kümmerlichen Ersatzgöttern behelfen und das Entsetzen über das Verschwinden Gottes erst gar nicht zulassen. In Sein und Zeit lautet die Formel für die Fähigkeit, sich entsetzen zu können, Mut zur Angst. Die Angst ist souverän. Sie kann mächtig in uns werden, aus nichtigem Anlass. Wie sollte sie auch nicht? Denn ihr eigentliches Vis-à-vis ist das Nichts. Wer Angst hat, dem vermag die Welt nichts mehr zu bieten, ebenso wenig das Mitdasein anderer. Die Angst duldet keine anderen Götter neben sich. Sie vereinzelt in zwei Hinsichten. Sie zerreißt das Band zum Mitmenschen und sie lässt den Einzelnen herausfallen aus den Vertrautheitsbezügen zur Welt. Sie konfrontiert das Dasein mit dem nackten Das, der Welt oder des eigenen Selbst. Und was dann übrig bleibt, wenn das Dasein durch das kalte Feuer der Angst gegangen ist, ist nicht nichts. Was ihm die Angst verbrannte, hat den Glutkern des Daseins freigelegt. Heidegger schreibt, das Freisein für die Freiheit des sich selbst Wählens und Ergreifens. In der Angst erfährt also das Dasein die Unheimlichkeit der Welt und die eigene Freiheit. So kann die Angst zugleich beides sein, Weltangst und Angst vor der Freiheit. Diese Analyse in Sein und Zeit ist von Kierkegaard angeregt, bei dem die Angst vor der Freiheit die Angst vor dem Schuldigwerden ist. Kierkegaard versucht die Angst zu überwinden durch den Sprung in den Glauben. Ein Sprung über den Abgrund. Heideggers Angst ist nicht das Vorspiel dieses Sprungs. Er hat den Glauben seines Herkommens verloren. Bei Heidegger ist die Angst nach dem Sprung, wenn man schon dabei ist, abzustürzen. Selbstverständlich lebt Heideggers Philosophie der Angst, auch aus der allgemein krisenhaften Stimmung der 20er Jahre. Das Unbehagen in der Kultur, Freuds Essay unter diesem Titel erschien 1929, war weit verbreitet. Die Weltanschauungs-Essayistik dieser Jahre war geprägt vom unbehaglichen Gefühl einer untergehenden, verkehrten oder entfremdeten Welt. Die Diagnosen waren düster und die Therapieangebote zahlreich. Konjunktur hatten die Versuche, das Unheile Ganze aus einem Punkt zu kurieren. Wie in der Politik Weimars die demokratische Mitte vom Extremismus der Totalveränderer zerrieben wurde, so dominierte auch in der Krisenphilosophie jener Jahre das Ausweichen in extreme Lösungen. Sie trugen verschiedene Namen, Proletariat, das Unbewusste, die Seele, das Heilige, das Volkstum und so weiter. Sein und Zeit gehörte in diese krisenhafte Stimmungslage, aber unterschied sich vom einschlägigen Genre dadurch, dass hier keine Therapie angeboten wurde. Freud hatte, 29, seine Diagnose über das Unbehagen in der Kultur mit den Worten eingeleitet, »So sinkt mir der Mut, vor meinen Mitmenschen als Prophet aufzustehen, und ich beuge mich ihrem Vorwurf, dass ich ihnen keinen Trost zu bringen weiß, denn das verlangen sie im Grunde alle.« Diese Worte passen auch auf das heidegersche Unternehmen. Auch er denkt aus der Erfahrung des Unbehagens und weigert sich, als Prophet aufzustehen und Trost zu bringen. Allerdings ließen sich mit heidegers emphatischer Frage nach dem Sinn von Sein solche Erwartungen sehr wohl wecken. Sie wurden auch geweckt, aber eben nicht erfüllt. Dass diese Erwartung enttäuscht werden muss, gehört zur Botschaft von Sein und Zeit, die da lautet, es steckt nichts dahinter. Der Sinn von Sein ist die Zeit. Die Zeit aber ist kein Füllhorn von Gaben, sie gibt uns keinen Gehalt und keine Orientierung. Der Sinn ist die Zeit, aber die Zeit gibt keinen Sinn. Von hier aus erschließt sich auch der Sinn der heidegerschen Begriffe von Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit. Uneigentlich ist, wer vor der Zeit flieht, vor der Vergänglichkeit, vor dem Tod. Eigentlich ist, wer sich dem Tod, der Vergänglichkeit, der Zeit stellt. Martin Heidegger wird 1928 auf den Husserl-Lehrstuhl nach Freiburg berufen. Husserl selbst hatte sich für Heidegger als Nachfolger eingesetzt. In Heideggers Schriften und Vorlesungen nach 1928 ist ein neuer Ton zu vernehmen. Dieser neue Ton übte damals eine gewaltige Wirkung aus auf die Hörer. Heinrich Wiegand Petzet, der als Student die Antrittsvorlesung »Was ist Metaphysik« erlebte, berichtet. Es war, als spalte ein riesiger Blitz jenen dunkel verhangenen Himmel. In einer fast schmerzenden Helle lagen die Dinge der Welt offen da. Es ging nicht um ein System, sondern um Existenz. Es hatte mir die Sprache verschlagen, als ich die Aula verließ. Mir war, als hätte ich einen Moment auf den Grund der Welt geblickt. Es ist so. Heidegger will seine Zuhörer zwingen, für einen Augenblick auf den Grund der Welt zu blicken. Der Grund, die Begründung, alle diese Sätze vom zureichenden Grund, die wissenschaftliche Einstellung und das alltägliche Lebensgefühl, wo man hinblickt, überall meldet sich das Bedürfnis, auf festem Boden zu stehen. Heidegger lässt die verschiedenen Varianten von Solidität und Behaustheit mit leicht spöttischem Unterton Revue passieren. Wie aber steht es mit dem Nichts? fragt er dazwischen. Wer radikal nach dem Grund und den Gründen fragt, muss der nicht irgendwann einmal entdecken, dass der Grund ein Abgrund ist, dass ein Etwas sich vor uns nur abheben kann auf dem Hintergrund des Nichts? An diesem Nullpunkt des Nichts vollzieht Heidegger eine überraschende Wendung. Dieses augenblicksweise Versinken ins Nichts nennt er ein Hinaussein über das Seiende. Es ist ein Akt des Transzendierens, wodurch es uns überhaupt erst möglich ist, vom Seienden als einem Ganzen zu sprechen. Natürlich können wir auch abstrakt das Thema des Ganzen ansprechen. Wir bilden rein gedanklich einen Über- oder Sammelbegriff, Totum, das Ganze. Doch das so verstandene Ganze hat keine erlebte Wirklichkeit. Es ist nur Begriff ohne Gehalt. Erst wenn das beängstigende Gefühl aufkommt, dass es nichts auf sich hat mit diesem Ganzen, wird es zu erlebten Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die nicht auf uns zukommt, sondern von uns weg gleitet. Wem die Wirklichkeit in der Angst entgleitet, der erfährt darin das Drama des Abstandes. Der ängstigende Abstand beweist, dass wir nicht ganz von dieser Welt sind, dass wir über sie hinausgetrieben werden, abgetrieben, nicht in eine andere Welt, sondern in eine Leere. Mitten im Leben sind wir von Leere umfangen. In der Transzendenz dieses leeren Spielraums, der sich zwischen uns und der Welt auftut, erfahren wir die, wie Heidegger sagt, Hineingehaltenheit in das Nichts. Jede Warum-Frage zehrt von jener letzten Frage, warum ist etwas und nicht vielmehr nichts. Wer sich selbst oder die Welt wegdenken kann, wer Nein sagen kann, handelt in der Dimension des Nichts, des Nichts. Er beweist, dass es das gibt, das Nichts. Der Mensch ist, sagt Heidegger, Platzhalter des Nichts. Die Transzendenz des Daseins ist also das Nichts. Wie hat man sich dieses Transzendieren, das Heidegger auch Verwegenes Dasein nennt, vorzustellen? Gehen wir auf die eisigen Höhen von Davos, wo im Frühjahr 1929 Martin Heidegger zusammen mit Ernst Kassirer bei der Davoser Hochschulwoche seinen inzwischen legendären Auftritt hatte. Beide hielten vor geladenem internationalem Publikum mehrere Vorträge. Der Höhepunkt dieser Woche war ein Streitgespräch, ein großes Ereignis. Die internationale Presse war angereist. Wer philosophisch etwas auf sich hielt, war dabei, oder las doch wenigstens drunten im Flachland die Berichte, denn das Zeitalter der Rundfunkübertragungen hatte noch nicht begonnen. Martin Heidegger befand sich auf dem ersten Höhepunkt seines Ruhmes. Auch Kassirer war ein Starr und stand in hohem Ansehen. Sein Hauptwerk, die Philosophie der symbolischen Formen, war in den 20er Jahren erschienen, ein monumentales Werk der Kulturphilosophie. Er galt als der große Repräsentant einer humanistischen Tradition und eines universal gestimmten Kulturidealismus. Im Jahre 1929, kurz nach dem Davoser Gipfeltreffen, hatte er das Rektorat der Universität Hamburg übernommen, der erste Jude, der zum Rektor einer deutschen Universität gewählt wurde. Das war umso bemerkenswerter, weil Kassirer zum Ärger der reaktionären Professorenmehrheit öffentlich für die Republik eintrat. Diese Rede hatte in Hamburg Protest und Polemik ausgelöst. Der konziliante Kassirer war unversehens in erbitterte Kampffronten geraten, weshalb dann seine Wahl zum Rektor auch als ein Triumph des liberalen Geistes über Hamburg hinaus gefeiert wurde. Kassirer war wirklich ein Verfassungspatriot. Dieser Grand Seigneur des politischen Humanismus und der idealistischen Kulturphilosophie war also von der Veranstaltungsregie in Davos als Widerpart von Martin Heidegger eingeladen worden, der seinerseits für das neue existenzielle Revolutionäre stand. Die Teilnehmer fühlten sich erinnert an die legendären Disputationen des Mittelalters, als die Matadore der geistig mächtigen Zeittendenzen aufeinandertrafen. Ein metaphysisches Waffenklirren auf den schneeglitzernden Höhen von Davos. Doch es gab noch eine andere Reminiszenz. Nicht in der Tiefe der Zeit, sondern im Raum der Imagination. Dort oben, in Davos, hatte Thomas Mann in seinem 1924 erschienenen Roman »Der Zauberberg« den Humanisten Settembrini und den Jesuiten Nafta ihre große Debatte führen lassen. Es waren Archetypen der Geisterschlacht dieser Epoche. Auf der einen Seite Settembrini, dieses unbußfertige Kind der Aufklärung, ein Liberaler, ein Antiklerikaler, ein Humanist von unendlicher Beretsamkeit, und auf der anderen Seite Nafta, der Apostel des Irrationalismus und der Inquisition, verliebt in den Eros des Todes und der Gewalt. Für Settembrini ist der Geist eine Macht des Lebens dem Menschen zu Nutz und Frommen gegeben. Nafta aber liebt den Geist gegen das Leben. Settembrini will die Menschen heben, trösten, erweitern. Nafta aber will ihnen einen Schrecken einjagen, sie aus dem humanistischen Lotterbett aufscheuchen, sie aus ihren Behausungen der Bildung vertreiben und ihrem eigenen Dünkel das Genick brechen. Settembrini meint es gut mit den Menschen. Nafta ist ein metaphysischer Terrorist. Teilnehmer der Davoser Hochschulwoche fühlten sich tatsächlich an jenes imaginäre Ereignis erinnert. Kurt Rietzler, damals Kurator der Frankfurter Universität und ein Begleiter Heidegers bei den Skitouren in die Berge, spielt in seinem Bericht für die Neue Zürcher Zeitung auf diese Zauberberg-Episode an. Hinter Kassierer also das Gespenst Settembrinis und hinter Heidegger, Nafta? Heidegger selbst hatte den Zauberberg-Roman gemeinsam mit Hannah in dem Liebessommer von 1924 gelesen. Der Eindruck dieses Zusammentreffens sei atemberaubend gewesen, erinnert sich Bollner, der als Student von Heidegger eingeladen damals dabei war. Die Teilnehmer hätten das erhebende Gefühl gehabt, einer geschichtlichen Stunde beigewohnt zu haben, ganz ähnlich wie es Goethe in der Kampagne in Frankreich ausgesprochen hatte, von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, in diesem Fall der Philosophiegeschichte, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. Heidegger missfielen diese hochgeschraubten Erwartungen. In einem Brief an Elisabeth Blochmann spricht er von der Gefahr, dass das Ganze zur Sensation werden könnte. Er werde, mehr als ihm lieb sei, in den Mittelpunkt gerückt. Deshalb habe er sich vorgenommen, das philosophische Interesse von sich selbst abzulenken, dadurch, dass er sich ganz auf Kant konzentriere. Weniger unangenehm war ihm die Aufmerksamkeit, die er mit seinem unkonventionellen Auftreten im eleganten Rahmen des Grand Hotel erregte. Er berichtet Elisabeth, wie er mit einem Bekannten zwischen den Veranstaltungen zu herrlichen Fahrten in die Berge aufgestiegen sei, in schöner Müdigkeit, voll Sonne und Freiheit der Berge, noch den ganzen klingenden Schwung der weiten Abfahrten im Körper, kamen wir dann immer abends in unserer Skiausrüstung mitten hinein in die Eleganz der abendlichen Toiletten. Diese unmittelbare Einheit von sachlich forschender Arbeit und völlig gelockertem und freudigem Skilauf war für die meisten der Dozenten und Hörer etwas Unerhörtes. So wollte er gesehen werden, als strenger Arbeiter in den riesigen Steinbrüchen der Philosophie, als Verächter der eleganten Welt, als Sportsmann und Naturbursche, als Gipfelstürmer und als ein Mann der verwegenen Abfahrten. So ähnlich haben ihn denn auch Zeugen dieses philosophischen Gipfeltreffens auf den Höhen des Zauberbergs erlebt. Die Auseinandersetzung zwischen Heiliger und Kassierer, so berichtet einer der Teilnehmer, hat uns auch menschlich ungeheuer viel gegeben. Dieser kleine, braun-schwarze Mann, dieser gute Skiläufer und Sportsmann mit seiner energischen, unverrückbaren Miene, dieser herbe und abweisende, manchmal geradezu derbe Mensch, der in imponierender Abgeschlossenheit mit dem tiefsten sittlichen Ernste, dem von ihm gestellten Probleme lebt und dient auf der einen Seite und jener andere mit seinen weißen Haaren, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich ein Olympia, mit weiten Gedankenräumen und mit umfassenden Problemstellungen, mit seiner heiteren Miene, seinem gütigen Entgegenkommen, seiner Vitalität und Elastizität und nicht zuletzt seiner aristokratischen Vornehmheit auf der anderen. Toni Kassierer, die Ehefrau des Philosophen, erzählt in ihrem Lebensrückblick, sie und ihr Mann seien von den anwesenden Kollegen ausdrücklich auf das eigenartige Auftreten Heiligers vorbereitet worden. Seine Ablehnung jeder gesellschaftlichen Konvention war uns bekannt. In ihren Kreisen befürchtete man von Heidegger das Schlimmste. Er wolle, so munkelte man, die Philosophie Ernst Kassierers womöglich vernichten. Doch von solcher persönlicher Verfeindung, an die Toni Kassierer sich später zu erinnern glaubt, war bei dem Streitgespräch wohl nichts zu spüren. Es verlief in wunderbarer Kollegialität, wie der bereits zitierte Berichterstatter schreibt. Heidegger selbst wertet in einem Brief an Elisabeth Blochmann das Zusammentreffen mit Kassierer als persönlichen Gewinn, bedauerte aber, dass die verbindliche Atmosphäre die Gegensätze nicht scharf genug habe hervortreten lassen. Kassierer war in der Diskussion äußerst vornehm und fast zu verbindlich. So fand ich zu wenig Widerstand, was verhinderte, den Problemen die nötige Schärfe der Formulierung zu geben. Das Protokoll der Disputation allerdings vermittelt diesen Eindruck ganz und gar nicht. Die Gegensätze sind denkbar scharf. Kassierer fragt, ob Heidegger auf diese ganze Objektivität und Absolutheit, wie sie sich in der Kultur darstelle, verzichten wolle, indem er sich zurückziehe auf das endliche Wesen des Menschen. Kassierers eigenen Bemühungen sind darauf gerichtet, die symbolbildende und damit kulturschaffende Kraft des menschlichen Geistes als eine Welt der Formen verständlich zu machen. Sie repräsentieren zwar nicht Unendlichkeit im traditionellen metaphysischen Sinne, aber sind doch mehr als bloße Selbsterhaltungsfunktionen eines endlichen Wesens. Die Kultur ist ihm formgewordenes Transzendieren. Sie errichtet das geräumige Haus des Menschen, das leichter zu zerstören, als zu bewahren ist. Ein zerbrechlicher Schutz gegen die Barbarei, die als das stets Menschenmögliche droht. Heidegger nun wirft Kassierer vor, dass er es sich zu bequem mache in den Behausungen des Geistes. Er sehe zwar ganz richtig, dass jede Kultur, jede Tat des Geistes ein Ausdruck der Freiheit sei, doch diese Freiheit könne in ihren Gestaltungen erstarren. Deshalb müsse Freiheit stets wieder zur Befreiung werden. Wenn sie zu einem Zustand der Kultur geronnen sei, dann habe man sie bereits verloren. Er sagt, der einzig adäquate Bezug der Freiheit im Menschen ist das Sich-Befreien der Freiheit im Menschen. Für Heidegger besteht das Problem darin, dass der Mensch sich in der selbst geschaffenen Kultur festlebt, auf der Suche nach Halt und Geborgenheit und dadurch das Bewusstsein seiner Freiheit verliert. Es gilt, dieses Bewusstsein wieder zu erwecken. Das leiste keine Philosophie des Kulturbehagens. Man müsse das Dasein vor seine ursprüngliche Nacktheit und Geworfenheit bringen. Kassierer richte seine Aufmerksamkeit auf die transzendierenden Leistungen der Kultur. Aus dem Kelche dieses Geisterreiches strömt ihm die Unendlichkeit, so hatte Kassierer Hegel zitiert. Und er erspare dem Menschen die Konfrontation mit seiner Endlichkeit und Nichtigkeit und verkenne damit die eigentliche Aufgabe der Philosophie, die darin besteht, wie Heidegger sagt, aus dem faulen Aspekt eines Menschen, der bloß die Werke des Geistes benutzt, gewissermaßen den Menschen zurückzuwerfen in die Härte seines Schicksals. Auf dem Höhepunkt der Kontroverse fragt Heidegger, wie weit hat die Philosophie die Aufgabe, frei werden zu lassen von der Angst, oder hat sie nicht die Aufgabe, den Menschen gerade radikal der Angst auszuliefern? Seine eigene Antwort hat Heidegger schon gegeben. Die Philosophie habe dem Menschen zuerst einmal einen Schrecken einzujagen und ihn zurückzuzwingen in jene Unbehaustheit, aus der er stets aufs Neue die Flucht in die Kultur antritt. Kassierer aber bekennt sich in seiner Antwort zu seinem Kulturidealismus. Dass der Mensch die Kultur schaffen könne, ist das Siegel seiner Unendlichkeit. Ich möchte, dass der Sinn das Ziel in der Tat die Befreiung in diesem Sinne ist. Werft die Angst des Irdischen von Euch! Kassierer ist es, um die Kunst des Wohnens in der Kultur zu tun. Heidegger aber will den Boden zu einem Abgrund machen. Kassierer plädiert für die Arbeit der Sinnstiftung durch Kultur, für das Werk, das mit seiner inneren Notwendigkeit und seiner Dauer triumphiert über die Kontingenz und Flüchtigkeit der menschlichen Existenz. Das alles verwirft Heidegger mit pathetischer Gebärde. Was bleibt, sind einige wenige Augenblicke von großer Intensität. Man sollte sich nicht mehr länger verhehlen, dass die höchste Form der Existenz des Daseins sich nur zurückführen lässt auf ganz wenige und seltene Augenblicke der Dauer des Daseins zwischen Leben und Tod, dass der Mensch nur in ganz wenigen Augenblicken auf der Spitze seiner eigenen Möglichkeiten existiert. Ein solcher Augenblick war für Heidegger beispielsweise der Besuch der nächtlichen Messe in der Klosterkirche von Beuron, als ihm bewusst wurde, wie er in einem Brief schrieb, die mythische und metaphysische Urgewalt der Nacht, die wir ständig durchbrechen müssen, um wahrhaft zu existieren. Ein solcher Augenblick war auch jene Kindheitsszene, die Heidegger bei Freunden später manches Mal erzählte, wie er als Läuterbub in der noch nächtlichen Frühe des Tages im Hausflur von der Mutter die Kerze angezündet bekam, wie er die Flamme mit der hohlen Hand hütend über den Platz zur Kirche gegangen sei und dort am Altar gestanden und mit den Fingerspitzen das herabfließende Wachs, die Kerze wieder hinaufgeschoben habe, damit sie länger brenne, und doch sei sie dann ausgegangen, und doch habe er auf diesen Moment gewartet, indem er ihn hinauszögerte. Wenn das Dasein zwei Akte hat, die Nacht, aus der es entspringt, und den Tag, der die Nacht überwindet, so richtet Kassierer seine Aufmerksamkeit auf den zweiten Akt, also den Tag der Kultur. Heidegger aber geht es um den ersten Akt. Er blickt in die Nacht, aus der wir hervorkommen. Der eine wendet sich dem Entsprungenen zu, der andere dem Ursprung. Der eine hat es mit dem Haus der menschlichen Schöpfung zu tun, der andere verharrt fasziniert vor dem abgründigen Geheimnis der Creatio ex nihilo, das sich stets aufs Neue ereignet, wenn der Mensch zum Bewusstsein seiner Existenz erwacht.